So. Kaninchen. Die, 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 die. So. Ok. Gibt's im Sumpf nicht Krokodile und sowas? Ist das Forest? Ich weiß es nicht. Also Sumpf klingt für mich immer, als wenn du so ein Survival-Game spielst, nach gefährlich. Was soll schon passieren? Na gut. So. Ok, ja wir haben noch ein bisschen Frühling, das heißt ich kann morgen die Felder machen, das ist gut. Oh, ich hab keinen Speer ausgerüstet. Na gut. Elch und Krähe. Ok, ok. Hier ist noch ein kleines Haus, da könnten wir vielleicht mal reingucken. Da ist ein Elch davor. Oh ja. So, wir müssen halt immer nur gucken, wegen Ban- Ich dachte, wenn man wieder ein Glied hat, das war ein Elch, glaube ich, ne? Ja, ok. Elche und Elche sind so nice Tiere, ne? So maesthetisch einfach. Aber ich würde mich nie mit einem anlegen wollen. Nein, auf gar keinen Fall. Ok, da kommen wir nicht rein. Das sind echt geile Tiere. I like them. Yep, yep, yep. Oh geils, 22 Münzen. Cool. Nice, sehr gut. Tobi, du hast doch deinen Sohn gesucht, ne? Ich hab deinen Sohn gefunden. Ich hab einen Sohn? Ja. Andere, geh mal einmal rum, da kannst du ja auf die Tür. Ich hab ihn gefunden, Tobi. Ah. Cool. Er hat mir sogar was mitgebracht. Einmal wieder einen neuen machen. Mad Eagle Dynasty. Da war der Mad Eagle Dynasty. Hast du hier noch irgendwas? Oh, Bärenwein. Geil, den gönne ich mir. Ein Säckchen, aber schon kaputt. Stiefel, 100%. Geil, nehm ich mit. Na du? Warte, Tobi. Kannst du mir kurz heimleuchten? Oh geil, das ist wie so eine Trainingspuppe. Gib ihm, geil. Jetzt den Kinderhaken. Nice. Gib ihm. Lebe. Lebe. Los, lebe. Ich hab alles versucht. Ich hab alles versucht, aber es ging aber nicht. Oh, meine Fackel ist kaputt. Meine einzige Fackel, die ich habe auf der ganzen Welt. Oh geil, hier im Sumpf jetzt. Das ist ja richtig, das ist ja wie im Film. Ja gut, hier ist überall Stroh, ne? Geht schon. Ich hab nur keine Äste, glaub ich, mehr. Sollte ich Stroh mitnehmen? Ich bin eh schon voll, ne? Aber ich muss es tun. Oh, Faggele. Oh, warte mal, ich guck gleich noch mal ganz kurz. Ich will eine Sache noch mal schnell schauen. Ah, ich glaub das ist der Baum da vorne, ne? Warte, warte, ich komm sofort. Oh. Dein Sohn hat auch noch ein Kupfermesser. Cool, kann man verkaufen. Sein Lieblingsmesser. Braucht er jetzt ja nicht mehr. Der ist ja doch für was zu gebrauchen. Achso. Dahinten ist noch ein Haus. Bestimmt mal eine schöne Gegend hier. Kräuterhütte 2. Ja, geil Tobi. Hä, super nice. Wir müssen die Sammelhütten, auch die Holzfälerhütte können wir upgraden, ne? Das da hinten ist immer Nietencamp. Seh ich doch bis hier, oder? Oh. Die sind nix gut. Müssen wir jetzt noch nicht machen. Aber du stehst direkt vor dem Baum, glaube ich, ne? Ja, ich glaube auch. Ähm, ich öffne mal den Screenshot. Warum muss die Schrift so klein sein auf dem Screenshot? Okay. Man, nein. Ich will... Ich will den nicht anpassen. Lass mich in Ruhe. Huch, bam. Sofort auf Twitter gepostet mit einem Klick. So. So. Platziere den Stein in die Mitte. Aber wo ist denn die Mitte? Aber warte mal. Das Ausrufezeichen ist hier vorne irgendwo, ne? Ist das hier vielleicht? Ist da die Mitte? Ritualplatz. Hier ist ein Ritualplatz. Guck mal. Oh, okay. Ah, okay. Okay, warte. Fisch oben und auf der linken Seite. Okay. Zwei Barsche musst du auf ihn und an die linke Seite. Fisch oben und auf der linken Seite. Okay. Fleisch unten und auf der rechten Seite. Das muss das Richtige sein hier eigentlich. Dann. Die zwei Bündel auf der linken und eines auf der rechten. Zwei Bündel auf der linken, eines auf der rechten. Verlasse diesen Ort. Cool. Hammer. Rituale Komponente. Cool. Sieht fantastisch aus. Hä? Als ob der da nicht jetzt dann hingeht und sich das mitnimmt. Na klar macht er das. Ich glaub das ist ein Scammer der Typ. Stolzes Tier. Bitte nicht angreifen. Du stolzes Tier. Machen so komische Geräusche. So. Man kann's ja nicht aufhören dieses scheiß Stroh zu sammeln, ne? Das ist so schlimm. Das ist wie Bären in The Witcher. Man kann's aber nicht aufhören. Tobi komm du. Wir müssen den Quest abgeben. Ja ich komme. Ah Stroh. Oh geil Zweige. Ja Zweige ist genauso schlimm. Ja. So. Prima. So. Ich glaube die Gnus haben Tobis Sohn umgebracht mit den Giftpfeilen. Die Gnus? Was? Was für Gnus? Ich frag die Gnu mal ob die das war. Sie wird es leugnen aber ich werde es in ihren Augen erkennen. Morgen einfach, morgen wieder bei äh. Bei InGamer. Gnu hat Tobis Sohn getötet. Gnu hat Tobis Sohn getötet. So. Kannst du rennen? Ach das war schon rennen. So weil ich fett bin oder was? Ja weil ihr überladen müsst einfach. Sag euch weil ich fett bin. Ich seh nicht so aus wie ich bin. Überladen mit Fett. So. Müsst aber halt im Hintergrund weißt du. Mit Fett. 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 Überladen mit Fett. Fett. So. Ach ich seh schon was du machst. Ich seh doch wieder den besoffenen Schritt gerade. Hey. Hey. Hey Tobi nice. Hey. So. So. Ich bin Michael Jackson. So. Jihihi. Jit Jit. Jit Jit. Ah ne. Yeast war das immer ne. Yeast. Yeast. Boba Echo. Ja man. Yeast. Wir müssen Yeast anbauen. So. Ich finde Tobi gar nicht so dick. Wer redet von Tobi? Ich rede von In-Game. Hä? Was ist das jetzt schon wieder? Ich finde die gar nicht so dick als Fett oder was? Wow. Das ist aber wow. Jeder weiß dass Tobi ne Scheibe ist. Ne. Jetzt kommt der damit schon wieder. Warte mal Tobi. Warte mal ganz kurz gucken. Wie gehts denn Ulrika? Oh die ist ne gute Jägerin und ne gute Diplomatin. Brauchen wir die? Ja ich mein dritter Jäger. Können wir noch einen dritten Jäger da oben reinpacken? Einen dritten nicht. Aber wir könnten eine zweite Jägerhütte bauen. Ja schlecht wäre das nicht ne? Ich glaube wir haben. Genau für die zweite Jagdhütte. Wir wollten ja eh eine zweite bauen. Okay komm mal rum. Eeeh. 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 Wie gehts dir? Warte ich. Eeeh. Ich baller die mal in so ein kleines Haus hier rein. In irgendeins. So. Dann hat die zum Beispiel schon mal ein Haus. So. Genau. Jagdhütte 2 haben wir eh freigeschaltet. Wir bauen dann Jagdhütte 2 und upgraden noch die erste. Wo ist meine, wo ist meine Schwester abgeblieben? Meine süße kleine. Ich geh grad gucken ob es am schlafen ist. Ah. Guck das aufs Maul. Okay. Ach. Jagdhütte 2 hat 4 Arbeitsplätze. Ja. Geil. Hä. Rein da. Oh. Nice. Dann upgraden wir gleich als nächstes Mal. Geil. Soße. Hä. Wie super nice. Dann haben wir bestimmt genug Fleisch. Was? So. Mit great power comes great responsibility. Tobi wie sieht's aus? Hast du Swirl gefunden? Swirl steht immer noch an der Tafel hier. Ich glaub der hat sonst keine Hobbys. Ah. Okay. Dieser Loser. Big L einfach. Swirl takes the big L. Schlag zu. Schlag zu. Ja. Ich würde gerne. Aber nee dann kriegen wir bestimmt Minusdings. Ich will nicht. Na gut. Hast du das Ritual durchgeführt? Genauso wie ich's dir gesagt habe? Ja. Alles wie du's angeordnet hast. Du hast uns alle gerettet. Gute Arbeit. Großartige Arbeit. Oh Gott. Ich hatte schon Sorge, dass sie etwas töten. Oder die Seelen aus dem Laub salgen würde. Aber hier bist du frisch und munter. Wart mal. Hast du wirklich? Du verdienst eine Belohnung. Das hier ist für dich. Deine Freunde und deine Familie. Besonders für deine sexy Schwester, auf die ich ein Auge geworfen habe. Ich will mich paaren mit ihr. All night long. Es wird auch einen gewissen Schutz gegen die finsteren Mächte gewähren. Was denn? Lest du hier nur vor, was hier steht, Tobi? Das steht ja gar nicht. Ich kann das selber lesen. Das steht ja gar nicht. Warte, wie eine Schlauchmütze? Was? In der Tat. Eine Schlauchmütze. Der meint ein Kondom, Tobi. Schlauchmütze. Denk doch mal nach. Aber hüte dich, sie jemals abzunehmen. Was? Jetzt muss ich gehen. Es gibt noch andere finstere Mächte, die in den Schatten lauern. Doch fürchte nicht. Ich werde zurückkehren und nachsehen, ob es nötig ist, das Ritual zu erneuern. Das ist Darkwing Duck zu Hause einfach. Natürlich. Was für ein Glück. Wir haben einen solchen Beschützer zu haben. Geil. Geil. Vier Schlauchmütze. Was ist denn vier Schlauchmütze? Was ist das? Hast du die bekommen? Ich habe keine Schlauch... Doch, da, Schlauchmütze. Was? Oh Gott, das ist lächerlich aus. Tobi, gönn dir. Ey, du hast mit einem Bronzemesser hier hingeschmissen. Oh, das wollte ich gar nicht. Ja, kannst du auch nehmen. Aber ich wollte... Wo sind die Schlauchmütze? Hab ich den nicht so... Ich hab dir die Schlauchmütze hingeworfen. Hä, wo ist die hin? Oh, hier liegt ne Krähe. Warte mal, hier liegt ne Krähe im Moment. Oh. Wo ist die Schlauchmütze hin? Kannst du mal in dein Inventar gucken, ob du die hast? Wir haben vier Schlauchmützen gehabt. Oder? Haben wir nur eine gehabt? Ich dachte, wir haben vier. Nö, ich hab keine. Oh, okay. Tobi, warte mal dann, ähm... Ich will auch keine. Du kannst sie gerne behalten. Die sieht toll aus an dir. Okay. Glaub mir, du siehst... Genau, da stand vier, ne? Da stand vier Schlauchmützen. Ach, ist nicht nach Name sortiert. Ich bin dumm. Tobi... Tobias, bitte äh Trage doch mal diese Schlauchmütze 16 Kälteschutz, Tobi Ist die weg Okay, das ist natürlich nicht schlecht Das ist voll geil Oh Gott Als würde ich mit ein paar Schlumpfbumsen Das sieht einfach aus wie so ein russisches Ehepaar Einfach mit dem Pelzmantel Komm, Olianka, komm Komm hinter den Schupen Ich will dir einen zweiten Ohrleck zeugen Oh Gott Also modisch sind wir nicht unbedingt Naja, gut Aber 16 Kälteschutz ist nice Das ist halt wirklich cool Oh Tobi, ich hör's schon im Sommer Wieder schnaufen wird die ganze Zeit Muss man hier lang eigentlich? Ich glaube, ne? Äh, Tobi Jaja, ich, ich komme Bist du wieder im Zweige sammeln? Nein, ich bin sehr langsam Achso, okay Oh, der Fakt ist kaputt Ja, ja gut Hier Ich leuchte der Heim 720 Silber pro Mütze Quietsch, 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 quietsch Oh, was, was, was? Mio Alter, was? Wir nehmen das als Anlagekapital Für die nächste Steuer, oder? Aber 16% Kälteschutz Ich würde alles dafür tun, dass wir im Winter Keine scheiß Fackeln mehr brauchen Gut, wir haben doch aber vier Stück bekommen, oder nicht? Also zwei können wir verkaufen Ja, ja, auf jeden Fall Für die nächste Steuer Auf jeden Fall Oder gehen Klamotten auch kaputt Ähm, ne, ich glaube nicht Geil, war geil Geil, Schlauchmütze Nächste Steuer, einfach safe Geil Schlauchmützen sind aber der geilste Shit Können wir die herstellen? Müssen wir mal ne Schlauchmütze sehen? Ja, zeig mal deine Schlauchmütze zu tun Geil Mütze, Glatze, Mütze, Glatze Was? Was? Schlauchmütze, Glatze Ist auch nicht besser Okay Ähm Rauchen wir hier überhaupt richtig? Doch, ne? Ja Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg Hier drüben sind auf jeden Fall die kaputten Häuser da Ja Ja, hier sind die Waschbären Ja, wir müssen glaube ich hier rüber, ne, oder? War das dieser Weg? Ich glaube, ne? Nachts erkenne ich hier nichts Nachts sieht ja alles anders aus Ach, guck mal wer da läuft Ach Auf dem Weg in die Heimat Aber läuft die nicht falsch? Die muss doch geradeaus hier runterlaufen, oder nicht? Das ist nicht unser Problem, Tobi Ja, hast du recht Die läuft ins Wolfsgebiet Mal gucken Aber eigentlich, ja, eigentlich müsste die hier runterlaufen Aber ich glaube, die MBCs sind nicht, die sind nicht sehr schlau hier Ach, ne, warte mal, die ist doch Jägerin Die läuft doch nach oben bestimmt Ja, aber die hat noch keine Arbeitsplatz als Jägerin Die ist erstmal nur, die wohnt erstmal nur hier Die arbeitet noch nicht Ach so, vielleicht, vielleicht sieht die sich direkt als Jägerin Finde ich gut Das kann sein Würde ich begrüßen So, okay Soll ich die Nacht nutzen und das Feld bestellen? Ne, das kann ich morgen machen Ne, ich glaube, wir können ruhig pennen gehen Ich glaube auch Ja, cool Dann hauen wir uns mal hin Der Frühling ist lang genug Die fünf Tage, die wir eingestellt haben, sind perfekt eigentlich Drei wären zu wenig gewesen Ja, 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 ja So Erik, ich schlafe neben dir Ich hab den ganzen Dung noch in der Tasche Hm, geil Und bin ungewaschen Hm, ja Ich bin extra weit vor dir gelaufen Hab mich lieb, ich bin deine Schwester Ja, ja Ähm, ähm, Moment, 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 Moment Was denn? Warum hat die mal im Bett geschlafen? Das kann ich erklären Erik, was ist da passiert? Das kann ich erklären Warum schläft die in meinem Haus? Warum schläft die in meinem Haus? Das kann ich erklären Es ist nicht so, wie es aussieht Ich wohne gar nicht mehr in dem Haus Hast du mich rausgeschmissen? Nein Ich hab die nicht rausgeschmissen Hat das Spiel gedacht, das Haus wäre frei? Weil ich hab einfach das nächste freie Haus genommen Da stand 0 von 3 Dann wohn doch jetzt bei mir Hm, Papa Schlumpf? Hä, warum? Hä? Das ist aber Das verstehe ich jetzt aber nicht Also, ich weiß es nicht genau Erkennt das Spiel, dass du da drin wohnst, wenn du das claimst? Oder ist es so gedacht, dass du Ist es so gedacht, dass du Ich weiß es auch nicht genau Das ist ja wild Oh, Chad hat recht Ich hab mit dir nochmal aus Spaß eine Wand rausgerissen, weißt du noch? Oh Nein, Tobi, nicht erschießen So was hast du lieber neben dir wohnen? So was hast du lieber neben dir wohnen? Sie singt wie ein Vögelchen Sie singt wie ein Vögelchen Ja, ja, am Arsch Guck mal, wie sie da steht auf dem Stein Und den Wasserfall ansingt Was meinst du, wie sie singt, wenn die mein Spee im Rücken hat? Ah, 25 zu alt, schade Was sind das für Werte, die wir mit diesem Let's Play vermitteln? Schwierig Ich bin 20 Jahre alt, Tobi Ich bin 20 Jahre alt Sie hat mich gegrumt, okay? Oh, puh Okay Ähm So Wo willst du denn den Dinger hinhaben? Soll ich den immer nur über die Kiste packen? Ich hab jetzt erst verstanden, wie Leute das Wie Leute das verstanden haben Mit dem 25 ist zu alt Ich hab das so gar nicht gedacht Ich dachte, weil ich 20 bin Weil mein Charakter 20 ist War okay Verstehe Verstehe Gut, danke Leute Vielen Dank Ich hätte damit rechnen müssen Wir sind im Internet Es tut mir leid So So eine Busch ganz weit weg Siehst du in-game So ein in-game Redakteur sitzen Ja Er ist bereit einfach Mit Tastatur in der Hand Einfach sehr lange Arme, die im Dunkeln zur Tastatur greifen So Warte, ich bring dann schon mal den Dünger aus Einen Dünger Warte Achso Warte Ich mach mal ein Säckchen reißen Nicht? Das ist ein bisschen empfindlich So Entschuldigung Ich soll immer noch lachen Weil ich ein lustiger Typ bin einfach So Dann geh ich mal düngen So Ah Jetzt upgradet er auch ein bisschen So Oh Die Jägerhütte machen wir dann auch noch Aber ich will erstmal die Felder machen, damit die schon mal den Samen ausbringen können Das wäre ganz cool Und in der Zeit können wir wieder die Jägerhütte machen Weil das hier ist gerade jahreszeitenabhängig Wir haben zwar noch ein bisschen Zeit, aber ich will es nicht auf den letzten Drücker machen So 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 Ah, ein Träumchen Oh cool Hä, wie cool So Bäm, bäm Warum verteilen wir die Scheiße mit der Hand? Scam Jesus Ihr dachtet, er bringt... Ja, der Mähdrescher wäre schon nice Ihr dachtet, er bringt Brot, aber er bringt nur Scheiße So Erinnert mich immer ein bisschen an den Durchfallmann Kennst du den? Oh, ja, ja, oh Gott, ja Ja, oh Gott Das habe ich verdrängt Durchfallmann Durchfallmann Bist du in Not, er rettet dich mit seinem Korpus Falls ihr es nicht kennt, äh, nicht googeln Nicht googeln Das, äh, das, äh Das, äh Hä, was macht die? Okay Wieso ist die draußen vom Feld? So Er ist pompös und diarös Entschuldigung Entschuldigung Ich, äh Hm So Die habe ich noch Zwölf Dünger haben wir noch Warum ist die draußen vom Feld? So Okay Dann machen wir hier mal weiter Die brauchen echt ganz schön lange, ne? Für, für so Felder und so Wer die eine hat gerade, ist gerade bei mir an der Brücke, auf der Brücke hier vorbeigeslidet Und hat da irgendwie Samen ausgebracht, das sah ganz wild aus Äh, okay Ach, die wohnt bestimmt auf der anderen Brückenseite, weil wir die irgendwie da untergebracht haben Aber die fangen schon mal an zu arbeiten Ja, ja Das sah sehr amüsant aus auf jeden Fall, wie die an mir vorbeiläuft und irgendwie so rollschuhmäßig slidet und Dünger ausbringt War es denn dein Samen, Tobi? Ne, mein Samen hat die da dann nicht ausgebracht Ja, okay Hab ja keinen Aber warte mal, hier, hier sämt ja auch niemand gerade, ne? Ne Ich hab noch gar nicht angegeben, was da draufkommt Ha 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 Okay, dann nehme ich jetzt den Dung Dung, 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 Dung So Oh Gott Moment, 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 Moment Dung, 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 Dung So, Dünger aus Dung, ja, let's go, 34, müsste eigentlich hinhauen Ach ja, das hab ich vergessen Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das wieder umstellen soll mit den, mit den Arbeitsloops, weißt du, dass man, dass man alles auf einmal sofort wieder macht Weil ich meine, so viel machen wir gar nicht, ne? Das geht eigentlich noch Ja, ich, ja, ich glaub, das passt schon Ist halt realistisch, ist halt realistisch, wenn es ein bisschen dauert, ne? Finde ich auch Wenn es fünf Minuten dauern würde, würde ich es umstellen, aber das finde ich jetzt nicht so wild Gehört halt irgendwie ein bisschen dazu Ja Ähm, ich muss mal ganz kurz gucken Hab ich noch ein Säckchen? Bei E... Jo, ich hab noch ein Säckchen, okay, sehr gut Was macht die denn? Die ist ja wild Ach, die beiden machen das jetzt, sehr gut Ähm Geht nicht um Cheaten, geht nur darum, dass wir, ne? Pro Folge, ich will halt nicht Folgen haben, wo wir 15 Minuten lang nur Weizen dreschen Das wär halt mega low Nicht? Ja, weiß ich nicht, seh ich irgendwie nicht Das ist so, als würde ich... Das ist doch der Content, wegen wem die Leute einschalten Das ist so, als würde ich neun Etagen Monsterfalle ausheben, Tobi Gut, das machst du ja zum Glück nicht Nee Das wär Wahnsinn, das zu tun Oder Plinkploring folgen Bei, ne? Bei Seven Days Ja, 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 nee, das machen wir ja auch nicht Oh, warte mal Hä? Ich muss noch essen Ja, ich hab noch nicht gegessen Ich esse so kalt Entschuldigung Liebe dich Entschuldigung Tobi, ich hab noch nicht gegessen Nein, es gibt nichts zu essen Doch, da wartet noch was auf mich Aber ich hab's noch nicht gegessen Was wartet denn da auf dich? Ärger mich nicht Ich hab noch Käsekuchen Da wartet auf jeden Fall kein Käsekuchen auf mich Wieso hast du Käsekuchen, Tobi? Weil wir am Samstag Besuch hatten und derjenige Käsekuchen mitgebracht hat Was ist denn das für Besuch, der Käsekuchen mitbringt? Der Käsekuchen-Mann Der richtige Besuch und der einzige Besuch, der hierher kommen darf Weil der Käsekuchen hat oder was? Achso, da ist doch, da ist doch, Mann Kann der auch mal hier vorbeikommen, Käsekuchen mitbringen? Bestimmt Verdammt Verdammt Ich hab noch sechs Dünger Ach, das waren die sechs Dünger übrig, die wir vorher schon hatten Okay, die massieren das jetzt ein Äh... Geil Und wir haben noch Weizen haben wir ohne Ende Karottensamen haben wir ja auch noch Oh Was machen wir denn damit? Haben wir keine Kohlsamen mehr? Ist Tobi wirklich an Käsekuchendurchfall gestorben? Das wäre der beste Tod, den ich mir vorstellen kann Oh, hier sind noch 80 Dungen Tobi, man glaubt es gar nicht Oh Wir hatten noch 80 Dungen übrig Die haben wir, glaub ich, irgendwann mal vorher gekauft Geil Das heißt, wir haben ein Feld quasi voll mit Dungen dann Ähm Haben wir irgendwo Kohlsamen? Ich hab keine Ahnung Ich muss gleich mal ins Nahrungsmittellager gucken Ich hoffe, wir haben noch welche, weil sonst geht mein Plan ja nicht auf Wir haben zu wenig Kohle dann Hm Na, wir schauen mal So Bist du grad in der Nähe vom Lager? Vom Hauptlager? Äh, ne, ich bin in Miene drin Okay, alles gut, dann guck ich selber gleich Und ich bin schmutzig Hm, so mag ich dich Hast du wieder mit Käsekuchen eingerieben, Tobi? Da wär ich ja nicht schmutzig, da wär ich geil Ah, das stimmt Hm So Chat wird gerade richtig wuschig einfach, wenn er das hört So, hier haben wir 48 Verdorbenes haben wir noch drin, geil Das wir können noch mehr Dünger machen, cool Äh, ja 30 Ei hab ich auch noch, aber Warte mal Erstmal will ich ganz kurz eben gucken J, K, Kohlsamen 49, ja geil Diese Kohlsamen sind sehr erholsam Bitte Hey Tobi Bitte So, soll ich das selber Weißt du was, ich pflanze die selber Für die XP einfach Wenn die die Felder fertig haben So Okay, ein Feld ist schon mal fertig Geil So Äh, Feld Wo ist denn der Kohl? Äh, Kohlsamen So Unbesät Auf ewig unbesät So Flop Hervorragend Oh, wunderschön Ich glaube Wir werden bald Cash haben Und hoffentlich auch zu essen Genug So Sehet wie er sähet So Das Säckchen hält noch Ich hoffe das Säckchen hält durch So So Gut Spannend ist das nicht Aber schön So Jetzt will ich mal ganz kurz eben 21 noch Das wird nicht heißen Ich habe aus Versehen den Chat aufgemacht Was? Mit was? Achso, ah Verstehe Ich dachte gerade an eigenen Ich war kurz verwirrt Ja, den habe ich immer aus Ja Ich habe mich auch gewundert Oh, mein Sack ist schon wieder gebrochen, Tobi Oh Sag mal, Pommes Jetzt ist doch langsam mal Zeit für ein Zitat oder nicht Kannst du das mal bitte zitieren? Danke Mann Vor allem macht immer so ein Knuspergeräusch dabei Das hört sich nicht gesund an Habe ich noch Suppe? Jo Habe ich noch ein Säckchen Oh, verdorbenes Vier verdorbene Das sind jetzt die Eier Verderben meine Eier Ne, sie sind auf 50% Tobi, was ist los? Da kannst du halt den ganzen Abend Zitate ballern Ja, meine Eier sind auf 50% nur noch, Tobi Was soll ich machen? So ist das mit dem Alter irgendwann, Erik Ja, ich werde dir gleich unterjubeln, Tobi Ähm Was? Was? Warte Wo ist denn hier? Leder Zwei Leder pro Säckchen war das, glaube ich, ne? Ich gucke gleich mal Hier Ein Leder pro Säckchen, aber ich vier Waren das die, die wir so gut verkaufen konnten? So Okay Sieht cool aus Ist das Tobi? Das ist Tobi, cool Sieht cool aus, wie du arbeitest mit der Fackel Hey, na? Das sah nice aus So Dann schnell die restlichen, äh Die restlichen Samen ausbringen So Wir haben einfach 51 Kupferbarren jetzt Boah, geil Das sind insgesamt Ich glaube, dass wenn wir genug Leingarn haben Sind das 25 Speere Die wir machen könnten Wow Wow Und dann könnte, ich glaube, das Sind das über 2000 Münzen, die wir damit verdienen? Ich gucke gleich mal Das hört sich zu schön an, um wahr zu sein Warte mal, Kupfersperr bringt 100, äh, 220 Das heißt 110 Doch, das sind immer 2000 Okay Ist das nicht ein bisschen viel? Das ist ein bisschen geil Ist schon ein bisschen geil Ähm Soll ich Karotten oder nochmal Weizen machen? Ne, nochmal Flax wollte ich machen, ne? Haben wir noch Flaxsamen? Ja, für die Dings wäre halt nice, ne? Für die, für den Leinen Leinen gar nicht Genau, 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 genau Das wollte ich machen Ähm Weizen Kommt, glaube ich, gar nicht hier rein, ne? Äh, habe ich noch Samen irgendwie drin? Ich hätte gerne Suchfunktion für das Inventar Boah, ja Das würde Das würde Ja, das wäre Das wäre Ja, nun So 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 Bitte sag, wir haben noch Flaxsamen Auch hier drin Ne, wir haben nur Flax Haben wir keine Flaxsamen mehr? Wir haben auch so ewig viele Oder haben wir die verkauft? Mh, ne Ich glaube, verkauft haben wir fast gar nichts Oder? Kann mich so ein bisschen nicht dran erinnern Ach, Leinsamen hießen die Die hießen Leinsamen, genau Aber die sind hier auch nicht drin Sind hier auch nicht drin, aber Leinen Garn haben wir da Ich muss mal ganz kurz eben die Wertschöpfungskette hier verfolgen Ähm, der Flax, wenn der geerntet ist Geht er direkt in die Masterkiste Hier sind drei Weizen drin Ähm Ich packe das mal mit hier rein Scheiß drauf Den Flax habe ich auf jeden Fall weiterverarbeitet Das weiß ich Aber Wir müssen noch Wir müssen noch Die Truhe ist leer Hä, wir müssen noch irgendwo Wie heißt das Zeug, was du brauchst? Leinsamen Aber ich glaube auch, die haben wir verkauft, oder? Aber doch nicht alles Das weiß ich nicht mehr Ich mach nochmal ein bisschen Dünger So Oh, nur fünf, na gut Hier in der Kiste ist auch nichts drin Ne, ne? Kacke Ja, ich glaube, die haben die verkauft Fünf Dünger hab ich nochmal Ja, ja, na gut Der ist ja scheiße Dann machen wir nächstes Jahr Dann machen wir dieses Jahr Baue ich dann nochmal Weizen an Ein bisschen mehr Weizen, oder? Was brauchen wir für Brot eigentlich? Äh, oh Gott Diese Liste hier Was brauchen wir für Brot? Ach ja, Weizen auch zwei Jahreszeiten Ah, diese nervige Kacke Ähm Brot war hier, ne? Brot Mehl Einmal mit Wasser Und Zwiebel Mehl Einmal mit Wasser Für Fladenbrot Für nomades Fladenbrot Okay Mehrkornbrot Weizenbrot Roggenbrot Mehl und Roggenkorn Wir könnten Roggenbrot machen, glaube ich Haferbrötchen Weizenbrötchen 22 Nahrung 31 Nahrung Plus 90 Nahrung Mehrkornbrot Weird Plus 80 Nahrung Plus 80 Nahrung Plus 80 Nahrung Plus 80 Also Mehrkornbrot ist das krasseste Aber dafür brauchen wir viele Felder Ähm Eimer mit Wasser Wir brauchen, glaube ich, viele Eimer dafür, oder? Äh Eimer haben wir eigentlich genug, oder? Also billige Fladenbrote könnten wir eigentlich machen Die Eimer kriegt man wieder? Okay, das ist gut Aha Soll ich aus dem Weizen mal Mehl machen, gerade? Ja Hatten wir nicht Hatten wir schon Weizen Oh Gott Gott, Tobi, ich habe keine Übersicht mehr Ich weiß es aber nicht mehr Ähm Hier sind noch zwei verdorbenes Stroh Achso, das ist mal ein ernstes Inventar Ähm Wir müssten schon mal Weizen geerntet haben, ne? Roggen haben wir 232 Da, Weizen Oh Gut Weizen war aber nicht Flax, ne? Das war das nicht Ne, 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 ne Weizen und Flax sind zwei ganz andere Dinger Okay Vier Flachs sind da noch drin Hm Das fliegt alles so durcheinander hier Okay, warte Dann schmeiß ich Ich meine nicht die sieben Weizen hier, ne? Die meine ich nicht Ich meine Ne richtig ordentliche Ernte an Weizen So, die schmeiß ich hier erstmal rein Äh Okay Dann bringe ich 40 Weizen aus Und den Rest zermahle ich dann Ah, die habe ich schon gemahlen, ne? Deswegen ist Weizen Korn Für mehr Kornbrot braucht man mehr Felder, weil ja mehr Korn im Brot ist Das ist richtig, Tobi Das stimmt schon Das stand so im Chat gerade Im Grunde genommen ist es aber richtig Roggenkorn Habe ich nochmal Weizen hier Flachs haben wir Das hier ist Weizen gerade, ne? Ne, das ist Kohl Das hier ist Weizen Ja, dann mache ich noch ein Feld mit Weizen Weizne Weizen, ne? So 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 Braucht dann halt leider zwei Jahreszeiten, aber so ist es eben So Äh, Küken brauchen kein Futter Küken gelten nicht als Tiere Die gelten erst als Tiere Können die Küken noch Küken? Äh Nehme ich mal an Musst du halt mal Küken, ne? Ja, ja, ja Hab gerade gekükt Die sind noch Küken Oh Gott Was kükst du? Die neue Bauern Dokumentation Auf MDR Ach, was gibt's Schöneres Ich, Level Up wäre mal wieder schön Ihr habt alles bis auf 40 Leinsamen verkauft Oh, okay Aber wo sind die 40? Das ist die große Frage Ach, ne, warte mal Ich hab mal Flachs angepflanzt Ne, ne, ne Ich hab die, ich hab die schon angepflanzt Das, äh, ist schon richtig dann Ich bin schmutzig Okay So Das heißt Wir verkaufen die Samen erstmal nicht mehr Oder machen immer 80 oder so Keine Ahnung Können abzielen So Ich habe das Gefühl, wir brauchen auf Dauer mehr Felder Ja, vor allem Du brauchst halt Leingarn gefühlt irgendwie für alles, ne? Mh Mh True 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 Dat Oh Okay, wir haben fast fertig hier Ich hab 10 mal 10, 12 Felder Ach du Scheiße Das ist, äh, klingt nach Spaß So Junge, ist da draußen eine Katze miauen oder was ist da los? Lass die Arme doch So Oh ja, das höre ich bis hier Warte mal Das höre ich bis hier Äh, wie laut ist die denn? Hä? Warte mal kurz Ähm, den Weizen kann ich schon mal mitnehmen, ne? Weil, also den kann ich schon mal zum Mehl verarbeiten War das ingame? Ne, das war bei Tobi gerade Äh, ja, die Katze wird gegronkt Das heißt, sie wird aufgelesen, aufgepäppelt und liebevoll behandelt Schpresse